Nächstes Starterpaar, Zappa PPZ, der 10-jährige Chirocco-Blue-Sohn und im Sattel sehen wir Malou Schuhmacher für den Pferdesportverein Kördorf. Bis zum nächsten Mal. Nächstes Starterpaar, Zappa PPZ, 44,95 die gebrauchte Zeit und damit bezieht uns das in der laufenden Wirtung in Schüro. Ja und es siegte mit einer schnellen Runde natürlich, weil es ja auch ein Fehlerzeitspringen war, ganz klar. Wir gratulieren der 66 Chanteur des Noirs, Malou Schuhmacher, sie gewinnt hier die erste Abteilung. Herzlichen Glückwunsch. Und auf dem zweiten Platz können wir ihr gleich noch mal gratulieren, auch mit ihrem zweiten Pferd. Der 307 Zappa PPZ wird für die zweite in 44,95 Sekunden.